ja hallo liebe simson freunde ja vielen vielen dank heute ist das zehntausende abospezial wir hätten es ehrlich gesagt nicht geglaubt dass es mal so weit kommen könnte und wir freuen uns natürlich tierisch und ja super sache und wir wollen euch auch ein bisschen was zurückgeben euch heißt die community und zwar haben wir für euch drei geschenkgutscheine im wert von 50 euro von der ost oase bezeigen wir auch mal damit ihr auch seht dass es auch wirklich so ist ich halte mal den code zu 50 euro und ja wir haben das jetzt extra nicht gemacht mit erster platz zweiter platz dritter platz es gibt drei erste plätze sozusagen und ja wir werden demnächst diese gutscheine verlosen und machen wir einfach ein verlosungsvideo ich würde sagen über den random comment picker das war da einfach die kommentare die jetzt unter diesem video stehen von euch also wenn ihr die gutscheine gewinnen wollt dann schreibt einfach einen kommentar unter das video und dann werden wir uns da entsprechend über diesen comment picker entsprechend die gewinner raussuchen und ja ihr bekommt dann die gutscheine zugeschickt und viel spaß damit kauft euch irgendwas schönes davon und ja wir haben lassen es uns heute auch gut gehen hier zur feier des tages eine ganz wichtige anmerkung noch ja ein kommentar ein kommentar ach ja nur einmal kommentieren also wenn ihr zweimal kommentiert dann wird glaube ich durch diesen comment picker sowieso die der kommentar dann raus damit alle die gleichen chancen haben genau nur ein kommentar bitte ja ja ansonsten super sache hat viel spaß gemacht und wir freuen uns natürlich und ja immer weiter geht auf die 20.000 dann demnächst denk ich meine nein das ist wirklich schon wahnsinn also wir hätten es nie gedacht du auch nicht mal ein gutes jahr war ein gutes jahr hat auch viel spaß gemacht und jetzt ja erheben wir unser glas auf die nächsten 10.000 prost auf euch auf euch so wunderbar das war's zwölf sekunden später alex schluss jetzt es reicht schlucken schlucken schlucken